damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Mount & Blade 2 und ich weiß überhaupt nicht wo wir stehen blieben sind wo ich weiß dass wir und ja und ich muss mal kurz gucken gut alles doch wollten flania beitreten und ja es ist ein bisschen was passiert wo ist der stadt und es tut mir ein bisschen dass kein video kann wochen schon stressig gewesen jetzt jetzt haben kein gewicht wie kostet patches was ändert worden ist und durch kurz worden ein paar dinger verändert zum beispiel das hier ich glaube da war noch von dem plüterer ist falsch und durch mods die nicht mehr aktiv sind auf jetzt und ich hab mal wieder Bock euch um den blade zu zocken was und leid und wie war euer tag so bitte haben sie ja ein schöpfer stufe bin ich noch 1 ist schlecht so ein turnier ich habe allerdings so ich glaube was neu ist es hier brauchst du setzten mit ikon ist nicht mehr haben sie noch was in den spiel doch integriert wird und 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 ja ja Oh, Spell. Oh, Schö. Oh Oh ich bin ein, ich bin ein Wurf Ophi eine Fresse Und dann wird es nicht irgendwelche Battle-Nade auf am Ohr. Gegen mich. Also welcher Cut-Farakt bin ich überhaupt nicht. Oh. Ich sehe gerade. Wenn es rucket hat, tut mir erst leid. Oh ja. 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 Alter, sehr viel Verlust gerade macht. Ja, ein bisschen ruhig im Wort schon, aber jetzt glaubt es zu verkraften ein bisschen, aber bei mir tut es auch ruhig, wenn ich auch auf schnellen Modus bin. Oh, wenn ich einen krankenwagen geharrt habe, tut mir erst leid. Vielleicht so fehlt, dass ich ein Zahnstück habe. Aber auch jetzt leider, das ist ja nur eine Plöne. So, geht doch ganz gut eigentlich schon. Ambros Schützer. Wenn wir Heeres Ambros schützen. Oh ja. Richtig guten Bogen schützen. Oh ja. 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 Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.